Das Kampf geht weiter, um zu sagen, die Reaktion von der Polizei ist krass, ist krass, krass, dass wir gestern ziehen, tausend von Polizisten, um einen Mensch unten von einem Baum zu holen. Wir sind hier, um zu sagen, Berlin vor Oranienplatz ist nicht Berlin nach Oranienplatz, Berlin ist eine Stadt anders geworden. Wir haben von Oranienplatz viel gelernt und ihr werdet mitkriegen. Heute, wir werden demonstrieren gegen euer Verhältnis, gegen euer Rassismus, gegen euer Arroganz. Und heute, wir sagen, das ist die Afrikaner hier ein Problem. Was ist unser Problem? Wenn ihr nicht runtergekommen seid, werden wir nicht hier sein. Wenn Deutschland nicht so viel Waffe verkauft wäre in Afrika, dass wir gegenseitig töten, wenn wir an die Skier kommen, Waffe verkaufen, aber die Leute fühlen, das ist keine Demokratie. Demokratie! 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 Das ist Oranienplatz. Oranienplatz war ein Ort, wo die Leute von Holland aus Deutschland verkaufen, zu Bismarck, zu Deutschland. Ja? Sie verkaufen sie in diesem Ort. Ja? Der König von Holland war mit uns, die Leute wie uns aus Afrika, verkaufen sie in diesem Ort. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind nicht hier. Wir sind hier. Wir sind hier nicht. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir waren hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir gehen Charite. Wir gehen Charite. Wir gehen Charite. Wir gehen Charite, wir finden 10,000 Menschen von Afrika, die sie für die Experimente nehmen. Children, Frauen, Männer, Männer. Wir haben noch im Jahr 2014 gesteckt. Sie haben noch viele Erfahrungen über unsere BAY. Wir verrufen unsere Brüder, um sich selbst zu töten. Sie verrufen unsere eigenen Leute, um sich zu töten die anderen Menschen zu töten. Lorda, és das wir hier lernen, in Oranienplatz. Ich will auch sagen, dass ihr uns aufstehen könnt, dass wir auch nicht mit den Regeln von uns sind. Wir sind richtige Charite. Wir werden niemals unsere Schuhe. Wir werden die Schuhe. Wir werden niemals unsere Schuhe. Wir sind hier, weil unsere Landwirte hier sind und unsere Ressourcen hier sind. Jeder sollte sich sagen, dass ihr hier seid. Wir sind hier gut, dass ihr hier seid. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier.